Kinder und Linke Wer Kindern sagt, ihr habt rechts zu denken, der ist ein Rechter. Wer Kindern sagt, ihr habt links zu denken, der ist ein Rechter. Wer Kindern sagt, ihr habt gar nichts zu denken, der ist ein Rechter. Wer Kindern sagt, es ist ganz gleich, was ihr denkt, der ist ein Rechter. Wer Kindern sagt, was er selbst denkt, und ihnen auch sagt, dass daran etwas falsch sein könnte, der ist vielleicht ein Linker.